ist das alles nicht mehr so und das ist ein sehr schönes Stück von Mindergarteniger Glavischnik und das heißt Summa Long. Und den sage ich jetzt nicht, weil sonst kann ich noch mehr spielen, wenn ich höre den auch. Summa Long ist das. Mindergarteniger Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Amen. 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 Nach der Pause spielen wir alles im Doppelten Tempo. Aber doppelt soll lang sein. Jetzt fast alles ist ein längeres Stück. so... Aber das ist wieder etwas anders. Das heißt, die Melodie gibt es nicht aufgeschrieben, denn mein Opa hat mir die immer vorher gesungen und der hat, glaube ich, den Text auch nicht gewusst, nur die ersten Zahlen. Aber da habe ich einen anderen besorgt, dass der inzwischen sich aufgehört. Und das Lied handelt einfach von zwei kleinen Sternlein, die am Himmel stehen und die leuchten. Das ist grundsätzlich das Lied. Aber wie so oft bei Sachen, gerade in ganz Afro-Sachen, steckt so viel drinnen und das hört dann nicht mehr auf. So wie bei dem Stück jetzt. Also die Sternlein sind das jetzt. Und das fängt ganz normal an und dann schauen wir mal. Die Sternlein sind das jetzt. Die Sternlein sind das. Und die nach vorne da kommt die Suche, Dann seid sie mit Zahnseh. Ha, 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 ha. Die Sternland ist an unsere Zahn, wie bei Graniert und Stern, und oder hollig sei Doris. Von der wahren ist Nguyen. Ha, 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 ha ha. Und quam iamol gennus, higla ponis matrat. Auf derer Wölkt, wo's des Wingschnern, bleibst du für dir doch wohl. Ha! 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 Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020